Hallo, grüß euch. Jetzt machen wir, ich weiß nicht, wie heißen sie Raffaello-Kugeln, aber ich bin noch nicht so begeistert, weil Raffaello, das sind die, die man kaufen kann. Und da ist in der Mitte drin eine Nuss und das ist eigentlich bei denen nicht, ich würde eher sagen, Schokoladenorangenkugeln. Und zwar habe ich jetzt da Butter und Staubzuckerschaumig gerät. Dann kommt eine Vanillezucker. Das schaut so wild aus mit den Schotten rein, aber das geht einfach total gut. Dann kommen eine, zwei Tropfen Vanilleöl. Wer das nicht hat, ist überhaupt nicht getraglich. Lasst es halt weg oder tut es ein bisschen mehr Vanillezucker rein. Dann auch drei Löffel Contro, der Orangenlikör ist das. Noch einen Abrieb von einer Orange, aber nicht von einer ganzen. Das ist eine Bio-Orangen, wo man die Schollen auch verwenden kann. Dann Kokos-Ess, das sind Kokos-Flocken. Und da haben wir, das kann ich jetzt ausschalten, die Schokolade. Das ist eine weiße Kuvertüre. Und da muss ich was dazu sagen. Ich habe das Rezept gedrittelt. Und zwar die weiße Kuvertüre hat 200 Gramm. Das Rezept war auf 300 Gramm. Also muss man zwei Packen weiße Kuvertüre kaufen. Und 50 Gramm, eine halbe Packen bleibt übrig. Und es geht beim Bochen am laufenden Band so, dass einfach irgendwas übrig bleibt. Und zum Schluss nach dem Krexlbochen, hast du so ein grob viel Zeug, was übrig bleibt. Und da bin ich einfach totale Gegnerin, dass man das wegschmeißt. Weil was soll man denn tun mit dem? Man kann sich zwar irgendwas suchen, aber eigentlich hat man nach Weihnachten nicht Lust, was ich was für Kuchen oder irgendwas zu bochen, weil man ein süßes Knut gehabt hat. Jetzt ärgert mich das eigentlich ein bisschen, genauso wie beim Natron, bei den Lebkuchen. Da brauchst du einen Esslöffel und ein paar Kaffee, musst du drei Packen. Ob das bis nächstes Jahr erhebt, ist die große Frage. Und sonst muss man es wegschmeißen. Wegwerf-Gesellschaft. Heißt es, aber eigentlich sind wir nicht die Schuld. Jetzt habe ich das gedrittelt, weil das geht genau für ein Packtl-Kuvertüre mit 200 Gramm. Ich schreibe jetzt aber ins Rezept beide Rezepte. Das, was ich gemacht habe, das Verminderte und das Andere. Hat jemand 250 Gramm Schokolade und will das größere Rezept machen, der soll das größere Rezept machen. Ich habe es auf jeden Fall nicht, weil ich einfach das nicht mehr will, die wegschmeißen reicht. Das ist jetzt ganz einfach. Das rühren wir jetzt zusammen. Das geht eigentlich ganz einfach zum Zusammenrühren. Das riecht so gut nach Orangen, das ist ein Wahnsinn. So, und das stelle ich jetzt aus in die Kälte. Ich gehe nach einer halben Stunde mal schauen, ob sie schon fest waren. Zu fest soll es auch nicht sein, weil sonst bringt man keine Kugeln mehr zusammen. Aber das ist zu weich, da kommen keine Kugeln rein. Ich stelle das jetzt aus und wenn das kalt genug ist, dann machen wir zusammen die Kugeln, tun sie in Kokosett wälzen und ich habe dann schon die Dinge hergerichtet. Die Schüssel. Ich mag immer ganz gern ein paar Konfekte auf dem Kugelsteller. Ich bin sonst kein so Konfektliebhaberin, aber auch am Kugelsteller finde ich es einfach schön. Wenn nicht nur ein Kugelsteller sein, sondern auch ein paar Konfekte. Also, bis später. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt in der Kälte außen gestanden, das geht jetzt ganz gut. Und da habe ich die Kokosflocken zu wälzen. Ich habe jetzt inzwischen schnell die Vanillegipfel gemacht. Die sind auch im Netz. Einfach so eine Kugel machen und in die Kokosflocken wälzen. Ungefähr alle gleich graus oder einmal. Das ist nicht so tragisch. Das riecht so nach Orangen und sowas von gut, das ist ein Wahnsinn. Ich bin fast noch ein bisschen weich. Außen ist es heute nicht so kalt. Das ist das Problem. Aber es geht. So. Ich mache den jetzt fertig. Und wenn sie fertig sind, nachher zeige ich sie euch. Mache ein Foto, stelle sie ins Netz und macht sie sie nach. Die schmecken so gut, orangig und richtig, richtig gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend, noch gutes Gelingen, bis zu den nächsten Sorten. Viertag! Das sind die ganzen Orangen-Schokoladen-Kugeln. Fertig. Schmecken super gut. Macht sie sich nach. Noch einmal danke fürs Zuschauen und Pfetig. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020